Camilla Parker Bowles, die Kate zunächst wie eine sehr freundliche Schwiegermutter vorkam, sagte angeblich, sie glaube nicht, dass der neugeborene Prinz George Williams Sohn sei. Wow! Wer hätte das gedacht? Ohne jedoch das Risiko einzugehen, Kate direkt des Betrugs an ihrem Ehemann zu beschuldigen, behauptete Parker Bowles angeblich, dass das Paar die Dienste einer sogenannten Spermabank in Anspruch genommen habe. Es ist erwähnenswert, dass Camilla höchstwahrscheinlich praktisch keine Beweise für diese skandalöse Aussage hat. Warum braucht sie das dann? Welche Ziele verfolgt sie? Wer kann diese Informationen bestätigen? Vielleicht einige unbekannte, zuverlässige Zeugen oder Personen aus dem Umfeld von Kates und Williams Familie, die Kate und William angeblich in einer auf künstliche Befruchtung spezialisierten Klinik gesehen haben. Ich bezweifle, dass sie offen in eine solche Klinik gehen würden, da sie ständig von Pressevertretern und Fotografen beobachtet werden. Insidern zufolge hält Camilla es für notwendig, einen Vaterschaftstest durchzuführen, um herauszufinden, ob tatsächlich königliches Blut in den Adern von Prinz George fließt oder nicht. Ich glaube, nach einer solchen Aussage versuchten sie Camilla zu beruhigen und baten sie, dieses Thema nicht anzusprechen. Aber Camilla ist nicht die Art von Person, die auf irgendjemanden hört. Sie nimmt es selbst und macht, was sie will. Aber sie versteht immer noch, wozu solche Informationen führen könnten, wenn sie sich als wahr herausstellen würden. Die Folgen wären nicht nur traurig, sie wären katastrophal für die gesamte königliche Familie. Ein echter Skandal. Und deshalb erschien den Mitgliedern der königlichen Familie eine solche Aussage so absurd, dass die Vertreter des Gerichts es nicht einmal für notwendig hielten, eine offizielle Widerlegung vorzunehmen. Und im Allgemeinen haben wir versucht, dieses Thema ein für allemal abzuschließen, da Sie und ich wissen, dass alle Versuche, die königliche Familie in solch sensiblen Fragen anzugreifen, sofort unterdrückt werden. Warum plötzlich solche Ängste? Fragen bleiben offen. Allerdings ist die Situation selbst, wenn die Herkunft einer gekrönten oder den Thron beanspruchenden Person infrage gestellt wird, für die britische Königsfamilie alles andere als neu, leider ist sie es gewohnt, manchmal solche Signale zu empfangen. Ohne zu weit in die Geschichte einzutauchen, erinnern wir uns an den Skandal um die Königin Mutter, deren Tochter Elisabeth II. Ihre Feinde behaupteten, dass sie nicht von der edlen Dame Cecilia Cavendish-Bentink geboren wurde, sondern von der französischen Köchin Marguerite Rodier. Unsinn! Viele würden darauf antworten, aber es gibt auch diejenigen, die es leicht zugeben können. Und als vor einiger Zeit nach der Veröffentlichung von Fotos von Prinz Harry, der während einer Party in Amerika im Adam-Anzug gefangen war, ein schrecklicher Skandal ausbrach, hieß es, dass sich Zweifel an der Herkunft des Prinzen in die Seele von Königin Elisabeth II. eingeschlichen hätten. Es fiel ihr schwer, sich damit abzufinden, dass der Held des Skandals tatsächlich ihr legitimer Enkel war. Darüber hinaus beschränkte sich die Königin nicht auf Vorwürfe, sondern bot angeblich sogar an, einen DNA-Test für den Playboy-Prinzen durchzuführen, um Zweifel ein für allemal auszuräumen. Tatsächlich gab es Gerüchte, dass Harrys Vater überhaupt nicht Prinz Charles, sondern James Hewitt war, mit dem Prinzessin Diana eine Affäre hatte, als der Prinz noch ein Kind war. Natürlich kann das jetzt niemand bestätigen, aber es gibt Fragen. Einigen Quellen zufolge sieht Prinz Harry nicht wirklich wie Charles aus, aber eine gewisse Ähnlichkeit mit Hewitt ist bei ihm zu erkennen. Aber im Fall von Harry wurde der Test nie durchgeführt. Oder wir wissen es noch nicht. Charles verteidigte die Ehre seines Sohnes. Er erklärte, dass er nicht zulassen würde, dass sein eigener Sohn auf diese Weise gedemütigt werde. Was den jungen George betrifft, so besteht in seinem Fall überhaupt keine Chance, dass Camillas Idee wahr wird. Es ist klar, dass die Mitglieder der königlichen Familie ihre Reihen schließen und eine solche Kontrolle nicht zulassen werden. Obwohl Camilla vielleicht nicht mit dem Erfolg ihres Vorschlags rechnete und Kate nur öffentlich beleidigen wollte. Oder sie irgendwie beleidigen und die Öffentlichkeit dazu bringen, an Catherines Ruf zu zweifeln. Ich frage mich, warum Camilla die Herzogin von Cambridge so nicht mochte. Vor vielen Jahren, als Kate Middleton sich auf ihre Hochzeit mit William vorbereitete, waren Kate und Camilla fast Freunde. Sie verbrachten viel Zeit miteinander und Camilla, die sich gut in der königlichen Familie eingelebt hatte, klärte Kate über die Feinheiten des Gerichtsprotokolls auf und tauschte Informationen über zukünftige Verwandte aus. Und all diese Informationen waren sowohl für Catherine selbst, als auch für Camilla, die sich als freundliche und warmherzige Person verhielt, sehr nützlich. Wie viele dann bemerkten und kommentierten, geschah dies alles aus PR-Gründen, und um Staub in die Augen aller im Bezirk zu streuen. Aber hier ist es erwähnenswert, dass solche Gerüchte über einen Nervenzusammenbruch und unkontrollierbares Verhalten von Camilla Parker Bowles in einem offensichtlich betrunkenen Zustand einschließlich Telefonanrufen mit unangenehmen Aussagen an Kate, Fiktion und Verleumdung sein können. Es gibt keine Bestätigungen oder verlässlichen Quellen, die solche Ereignisse bestätigen würden. Die Verbreitung falscher Geschichten über die königliche Familie und ihre Mitglieder verursacht großen Schaden und verdient keinen Respekt. Aber Sie und ich wissen, dass in unserem Leben nichts sicher ist. Und alles kann passieren. Und die königliche Familie ist keine Ausnahme. Camilla wusste es, weil Charles Diana mit ihr Camilla betrogen hat. Und Charles' Frau war immer darauf bedacht, Kate persönlich kennenzulernen. Deshalb musste sich Middleton sogar an ihren Ehemann und die Königin wenden mit der Bitte, sie vor Camillas Gesellschaft zu schützen. Oder reduzieren sie zumindest die Intensität möglicher Treffen. Übrigens wurde Kates Bitte stattgegeben. Und die Tatsache, dass Camilla den jungen Prinzen nur einmal sehen durfte und unter der Kontrolle ihres Mannes Charles, ist kein Zufall. Es war die Königin, die nur 72 Stunden nach der Geburt des Babys die königliche Erlaubnis erteilte, übrigens im Widerspruch zu allen Traditionen, es zum Anwesen der Familie Middleton zu bringen, wo Charles und seine Frau nicht eingeladen waren. Und als Williams Mutterschaftsurlaub endete, reiste die junge Familie auf die Insel Anglesey, wo sich der Stützpunkt der Royal Air Force befand, wo der Prinz damals diente. Aber auch hier wurde der Frieden von Kate und ihrem kleinen Sohn wachsam gewahrt. Es wurde beschlossen, dass Carol und Michael Middleton, die Mutter und der Vater der Frau des Prinzen, ebenfalls in die Wohnungen im Kensington Palace einziehen würden, die Prinz William und seiner Frau zugewiesen waren. Die Middletons müssen nicht in beengten Verhältnissen leben. In der vierstöckigen Wohnung von William und Kate erhielten sie eine Wohnung in der Wohnung mit eigenem Schlafzimmer, Bad, Wohnzimmer und Esszimmer. Und natürlich wäre ein solches Teilen ohne die Erlaubnis der Königin unmöglich gewesen. Tatsächlich besitzen die sehr wohlhabenden Middletons auch eine eigene Luxuswohnung in London, nur zwei Meilen vom Palast entfernt. So wird die Herzogin, die trotz Camillas Machenschaften die Liebe und den Respekt der Königin nicht verloren hat, weiterhin jeden erfreuen, der sie als vorbildliche Ehefrau von Prinz William betrachtet. Und die neidische Camilla wird nichts dagegen tun können, außer weiterhin provokante Aussagen zu machen. Aber wie viele bemerkt haben, gibt es kleine Fragen. Ich werde Ihnen Informationen geben, über die Sie nachdenken können. Und Sie werden wiederum Ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Kate Middleton hat grüne Augen. Das sehen wir jetzt deutlich auf dem Bildschirm. Die von Prinz William sind blau. Eine natürliche Frage. Warum hat Prinz George braune Haare? Jetzt zeige ich Ihnen die Augenfarbverhältnistabelle. Was denken Sie darüber? Ja, ich habe gehört, dass Kate Middleton Interesse an den Problemen der frühkindlichen Entwicklung in Großbritannien zeigt. Ihr Fokus und ihre Teilnahme an solchen Initiativen tragen dazu bei, das Bewusstsein und die Unterstützung für die Bedeutung der frühkindlichen Entwicklung in der Gesellschaft zu schärfen. Es besteht kein Zweifel daran, dass sich die Beteiligung von Mitgliedern der königlichen Familie an solchen Wohltätigkeits- und Bildungsinitiativen positiv auf viele öffentliche Themen auswirkt. Tatsächlich spielt die Teilnahme an Initiativen zur Kinderentwicklung, wie sie von Kate Middleton unterstützt werden, eine wichtige Rolle bei der Sensibilisierung und Aufmerksamkeit für die Bedeutung der kindlichen Entwicklung. Der Besuch von Frühförderungszentren und die Teilnahme an kostenlosen Aktivitäten wie Tanzkursen können die allgemeine Entwicklung von Kindern fördern. Es stimmt, dass eine Vielzahl von Programmen und Initiativen sowohl den Kindern als auch der Gesellschaft insgesamt zugutekommen kann. Aber es gibt eine Nuance. Ein Mama-Fan wird sich Kate Middletons nächsten Spaziergang im Early Development Center ansehen, eine Pause von den Nachrichten über die britische Königsfamilie einlegen und ihr Kind zum Tanz mitnehmen. Und tanzen ist nicht umsonst. Dem Staatshaushalt fließen rund 45,5 Milliarden Euro an Gewinn ein. Ziehen Sie also Ihre Schlussfolgerungen. Kate Middletons jüngster Sohn wiederum wird oft als Rosemary's Baby bezeichnet. Wer ist Rosemary und warum wird der sechsjährige Prinz Louis von Wales ihr Kind genannt? Prinz Louis Arthur Charles von Wales, geboren am 23. April 2018, ist nach seinem Vater Prinz William, seinem älteren Bruder George und seiner Schwester Charlotte IV. in der britischen Thronfolge. Am Geburtstag von Königin Elisabeth II zeigte der kleine Prinz Louis das typische Verhalten eines Vierjährigen in einer neuen und lauten Umgebung. Er hielt sich die Ohren zu, während britische Flugzeuge vorbeiflogen und kommunizierte mit seiner Mutter durch Gesten, während Kate versuchte, ihn zu beruhigen runter. Dies ist eine Figur aus dem Film Rosemary's Baby von Roman Polanski. Der Film wurde genau ein halbes Jahrhundert vor der Geburt von Prinz Louis gedreht. Kein statistisches Institut kann zählen, wie viele Frauen in diesen 50 Jahren rote oder Bordeaux-rote Kleider mit weißem Spitzenkragen gekauft haben. Verstanden! An Kate und ihren jüngsten Sohn, der bereits im siebten Jahr Rosemary's Baby genannt wird. Kaum vorstellbar, aber aufgrund des roten Kleides mit weißem Kragen, das manche Experten an die Heldin des Films Rosemary's Baby erinnert, wird Prinz Louis mittlerweile so genannt. Kehren wir zu Camilla zurück, Königin Elizabeth II., warnte Camilla einmal vor ihrer Hochzeit mit Charles, aber sie hörte nicht zu. Prinz Charles und Camilla Parker Bowles gaben im Februar 2005 ihre Verlobung bekannt und heirateten am 9., April. Sie hielten eine standesamtliche Zeremonie im Rathaus von Windsor ab, bevor sie zur Sankt. Georges Chapel gingen, um einen religiösen Segen zu erhalten. Es stellt sich heraus, dass Königin Elizabeth II. ihrer zukünftigen Schwiegertochter vor der Hochzeit eine ganz konkrete Warnung gegeben hat, die Camilla jedoch ignoriert hat. Die Zeremonie von Charles und Camilla war recht intim. Es waren nur 28 Gäste anwesend, darunter Charles' Söhne, Prinz William und Prinz Harry, sowie Camillas Kinder aus ihrer Ehe mit Andrew Parker Bowles, Tom Parker Bowles und Laura Lopez. Untertitelung des ZDF, 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 2020 Untertitelung des ZDF, 2020